In der Informatik ist es üblich, das erste Programm als Hello World Programm zu bezeichnen. Dabei handelt es sich eigentlich um ein Programm, das nichts anderes macht, außer die Wörter Hello World in irgendeiner Art und Weise auszugeben, also entweder man malt oder es wird in der Konsole ausgegeben. Beim Lernen einer neuen Programmiersprache fangen auch erfahrene Informatikerinnen und Informatiker mit so einem kurzen Hello World Programm an. Das heißt, man kommt immer wieder darauf zurück. Bevor wir jetzt mit unserem ersten Programm starten, sollten wir uns noch eine andere Frage stellen. Nämlich, wie kommunizieren wir eigentlich mit einem Computer? Wie geben wir eine Anweisung, sodass auch der Computer das Ganze versteht und irgendwie interpretieren und umsetzen kann? Und so wie eine natürliche Sprache eine Grammatik und Bedeutung hat, hat das natürlich auch eine Programmiersprache. Nur spricht man dort eben von einer Syntax und von einer Semantik. Ähnlich wie bei menschlicher Sprache die Grammatik, die korrekte Anordnung verschiedener Satzteile wie Subjekt oder Prädikat in einem Satz beschreibt, haben wir beim Programmieren die Syntax, die uns genau sagt, wie Programmbefehle korrekt aufgebaut sein müssen. Anders als bei natürlichen Sprachen muss die Syntax bei Programmiersprachen strikt eingehalten werden, um vom Computer auch verstanden zu werden. Irgendwelche Star Wars-ähnlichen Satzstellungen wie zum Beispiel Programmieren du willst, die in der natürlichen Sprache lustig klingen und auch verstanden werden, führen aber in der Informatik in der Regel zu Programmabbrüchen. Neben der Syntax gibt es in der Programmierung noch die Semantik. Die Semantik gibt einen Satz Bedeutung. Der Satz, zwei Joghurt sitzen im Keller und stricken Benzin, ist grammatikalisch, also syntaktisch, zwar richtig, ergibt aber keinen Sinn. So geht es bei der Semantik bei Programmiersprachen um die Wirkung des Geschriebenen auf den Computer. Das heißt im Processing zum Beispiel, dass die Semantik das beschreibt, was aufgrund der Befehle etwa auf dem Sketchfenster ausgegeben wird. Oder halt doch eben nicht, je nachdem ob man Fehler einbaut oder nicht. In unserem vorigen Beispiel war die Semantik beispielsweise die Ausgabe von unserem Dreieck auf das Sketchfenster. Aber fangen wir einfach mal an mit einem Programm. Tippen wir einfach mal in unseren Editor bei Processing etwas ein, nämlich schreibt mir Hello World und probieren das einmal auszuführen. Dann hat man hier gleich einmal das perfekte Beispiel, einen Syntax Error, Maybe Missing Semicolumn. Da fehlt noch einiges mehr, nicht nur dieses eine Zeichen und es wird eben diese Fehlermeldung ausgegeben, dass der Befehl syntaktisch falsch ist. Nachdem wir aufgrund des Syntax Errors nicht mehr weiterkommen, löschen wir nochmal alles und fangen nochmal von vorne an. Das erste was wir brauchen ist eine Art Grundaufbau und dieser Grundaufbau gilt für jedes Processing Programm, auch wenn es dann noch komplexer wird, das wir schreiben. Der Grundaufbau besteht aus zwei Bereichen, dem Setup und dem Draw. Dazu schreiben wir einfach mal Setup und Draw. In dem Bereich Setup, der sich innerhalb der geschwungenen Klammern befindet, werden alle Voreinstellungen festgelegt, welche für das komplette Programm gelten. Also das kann zum Beispiel die Größe des Sketchfensters oder die Hintergrundfarbe, die Textgröße und so weiter sein. Legen wir einfach mal eine Größe von 500 mal 500 Pixel an. Unsere Textfläche, auf der wir dann nachher zeichnen, unser Sketchpad wird dann 500 breit und 500 Pixel hoch sein. Legen wir auch noch die Textgröße fest, in unserem Fall einmal 50 Pixel. Im Bereich Draw zeichnet man. Diese Unterteilung in Setup und Draw Bereichen wird besonders wichtig, wenn wir uns dann später ab Kapitel 3 die Animationen anschauen. Jetzt zeichnen wir im Draw einfach einmal nur unseren Text. In unserem Fall ist das einfach nur eine Ausgabe von Hello World. Und jetzt müssen wir auch noch definieren, wo das Hello World auf unserer Zeichenfläche gezeichnet werden soll. Damit das Ganze nicht irgendwo verschwindet, legen wir mal fest, dass Hello World bei 50 mal 50 Pixel zu schreiben beginnen wird. Nachdem wir das Programm jetzt fertiggestellt haben und auch offensichtlich keine Fehler vorhanden sind, können wir das einmal ausführen. Und wie man sieht, wird Hello World einfach wunderbar gezeichnet. Vielleicht kann man sich hier noch im Setup-Bereich mit der Hintergrundfarbe ein bisschen spielen, aber an sich ist das Hello World Programm damit eigentlich schon erledigt. Unser Hello World Programm ist damit fertig, aber es ist sehr schnell gegangen, deshalb schauen wir uns das Ganze am besten noch einmal ein bisschen genauer an. Hier, bei Text, sehen wir eine sogenannte typische Anweisung. Diese erzeugt den gezeichneten Text Hello World oben im Grafikfenster. Das erste Wort in dieser Anweisung ist der Befehlsname. In diesem Fall hier Text. Wir werden später noch sehen, was hinter bestimmten Namen steckt, weil es stecken auch immer bestimmte Semantiken dahinter, also Wirkungen. Zwischen den Klammern von Text, hier und hier, stehen verschiedene Werte. In unserem Fall sind das Zahlen und Wörter. Die Wörter Hello World und die Zahlen 50 und 50. Man nennt diese einzelnen Zahlen und Wörter auch Parameter oder Argumente des Befehls. Sie liefern die Informationen, damit der Computer weiß, was er genau mit diesem Befehl machen soll. In diesem Fall sagen wir ihm, schreib einfach Hello World und setz das Ganze an die Position 50 und 50, dass das dann auch wirklich so oben genau da steht, wie es da steht. In der Sprache wird ein Satz mit einem Satzzeichen beendet, meistens mit einem Punkt oder einem Rufzeichen oder einem Fragezeichen. Auch im Processing gibt es so etwas ähnliches, mit dem eine Anweisung einfach beendet wird. In unserem Fall ist das hier der Strichpunkt, hier oben und hier und hier. Damit weiß der Computer, dass der Befehl hier zu Ende ist und nun keine weiteren Parameter oder ähnliches folgen. Musik 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 Vielen Dank.